hallo es geht weiter mit fortleid spaß beim zu wünsche ich auch heute an halloween montag sind wieder um 9 uhr pünktlich die nächsten altraum aufträge es werden wahrscheinlich die letzten jetzt seien herausgekommen wir müssen springen während für uns die schwerkraft durch ein hop drop verringert ist und wir müssen mit einem zombiehuhn 75 meter weit fliegen ach das klingt ja interessant hop drops ja kein problem ich gehe mal davon aus ein bonbon essen und dreimal springen oder es heißt drei bonbons essen und jeweils einmal springen das wird sich dann aber zeigen und ein zombie ohne ja gut das wäre wieder wohl fangen müssen und damit dann weg fliegen ja 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 Das war's für heute. Ja, damit werden auch heute am Halloween-Montag die letzten beiden Albtraum-Aufträge erledigt. Es werden wohl keine mehr nachrutschen, denn wir haben noch 12 Stunden, 4 Minuten Zeit. Das wäre dann morgen um, ja, 1. November, 8 Uhr müsste das sein. Ich wünsche euch noch viel Erfolg, eure Aufträge abzuarbeiten und sage danke bis zu sehen. Tschüss, bis zur nächsten Folge. Macht's gut.